Das haben wir doch gar nicht gewusst! Woher soll ich wissen, ja? Viel Glück hab ich dir, Alter! Du bist auf dein Auge, Hobi, Alter! Ich dachte, vertausch ich ihn mir. Was? Echt? Ey, AJ, Props an dich, dass irgendeine Ich-Lispen mit der Hurensohn mal genommen hat, wirklich, Props, Props. Was? Spuckt mich nicht an, zumindest hab ich eine Maske an. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bei mir ist das die Freundin. T-Dog. Ah, T-Dog! Ja, T-Dog! Ja, T-Dog, mein Gott! Schau, es wird was, Alter! Schau, es wird was, Mann! Schau, es wird was, Mann! Es gibt halt eine Regel, Amy. Bei uns muss jede Frau anzupfen gehen. In dem Sinne von Fußballer verkaufen. Das muss meine Frau auch. Scheiß auf die Fußballer verkaufen. Das Wichtige, ey! Das Wichtige ist eigentlich, einmal nur zu unterschreiben in unserem Bus. Ja, Mafufo, der Hund ist und wo ist der, wenn man den einmal braucht? Ah, ich hab auch einen. Süße! Wie viel? Du weißt, ich krieg über den Trepp doch nicht, du Wuchensohn, du! Für einen Laptance! Für einen Laptance, Bruder! Für einen Laptance, ja? Für einen Laptance, ja? Das ist unbezahlbar. Wer von euch hat mich gestern gesucht, bei Casino? Ah, das war ich, das war ich! Warum? Ah, wir dachten, du wärst mit T-Dog! Um diese gottlose Wurzseins, nein! Nein! Hey! Schade, man! Kjub, was hast du gemeint? Pifa! Hallo, wie ist da? Wie, Pifa, wie stehst du? Wir haben angerufen! Pifa! Kjub, wie stehst du? Ha? Okay! Ich meine, Kjub, wie er steht! Kjub, wie steht? Kjub, wie steht? Ich komm, diese Werbmodus nicht klapp, oder, das sind irgendwie tausend Karten, Digga! Aber, ich versteh nicht! Ey, ich würd auch diesen Werbmodus spielen! Ich versteh das gar nicht! Ultimate Team! Ich zieh alle Karten, Bruder! Aber... Ah, Kevin, wir müssen doch unser Spiel machen, ne? Du Hurensohn! Ah, wait! Was ist das? Ja, FIFA-Spiel! Ah, stimmt! Hä? Wollen wir das jetzt machen, wenn du eierst? Hab ich auch gehört! Ihr habt gewettet, ihr habt gewettet! Hab ich mir bitte! Ich hab eine Woche dieses Video aufgemacht! Ich hab seit 5 Wochen, du Hurensohn! Du Hurensohn, bist ein Lügner! Ich hab das wirklich lange nicht mehr gespielt! Wie lange hast du es gezockt, zuletzt? Boah! Chat, wann war der letzte E-Li Cup? Ich überleg gerade, ich überleg gerade! Ich hab ungefähr eine Woche! Also eine Woche! Ne, ich mehr! Viel mehr, viel mehr sogar! Sollen wir direkt aufkalt, oder was? Ja, ne, jetzt direkt! Chat, wer wird das? Lass sie kurz unterschreiben, dann machen wir! Lass sie kurz unterschreiben! Okay! Lass sie kurz unterschreiben! Roma, danke dir für deinen, äh, Shoutout, Bro! Lass uns rein! Ja, ja, nur unterschreiben! Ja, ja, nur unterschreiben! Ja, komm mit, komm mit! Oh, shit, warte! Jetzt einmal reinsetzen! Warum, warum ist die Hood einfach Dings geworden für euch Jungs? Ist gut! Dass hier jeder reinkommt und raus! Ja, ja, Bro! Ich wollte ja einfach gar nicht rein! Ich war mit Kevin abgesprochen! Jetzt ist so ne Sommelung, die gemacht hat! Genau! Kannst du da noch ein Herz? Aber ich kann auch runterfahren! Alles gut, Mann! Alles gut! Jetzt bist du hier schon leer! Ja, Bro! Ich glaube, wir fahr' ich auch noch mal runter! Ja, nein, 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 ist gut! Ja, ja, das waren viele, aber das waren alles, äh... Alles seine! Okay, hat sie unterschrieben! Ey, Kevin, bist du bereit? Ja! Weil er ist hier ein richtiger Player mit seinem Lisbon und seinen roten Haaren! Okay, komm! Hat sie, hat sie unterschrieben? Äh! Okay, ey, Jungs! Ich fick jetzt Kevin in, äh, in FIFA, ja? Bro, das... Und wie viel macht ihr? Ja, Bibi! Was war noch mal der eine? Das war die Wette! Was, nur fünf? Kevin, du weißt! Ich bin der Coach! Bro, du bist doch gestern flüssig gewesen! Mach doch fünfzig! Ich bin dein Coach, wir erledigen das! Junge, du mit deinen Coach-Flanke auf die andere Seite! Ich hab' dieses Elgato-Programm noch gar nicht heruntergeladen! Oh mein Gott! Egal! Da hab' ich ja kein Sound, aber das juckt nicht! Uhhh! 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 Nein! Es geht gar nicht! Es geht gar nicht! Ich kann gar keine Elgato spielen! Oder? Warte mal! Chat! Wenn ich... Ich hab' kein, äh, Display, äh... Warte mal! Ford-Anschluss! Ah doch! Es geht! 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 Es geht, glaube ich! Weil ich ja von meinem Monitor und das nicht von meinem PC mache, oder? Also kann ich ja rein theoretisch einfach ein HDMI-Kabel nehmen, oder? Ja! Also kann ich einfach ein HDMI-Kabel nehmen? Hä? Äh? 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 Warte mal! Digga, bin ich grad dumm? Dieses HDMI-Kabel... Hier, hier... Ganz klassisch... ��amy seems... ...elles wird wegflopfen können... Warten mal... Ah! Nevermind, stimmt doch nicht rum... ...so...! ...so...! egal so so und jetzt elgato x facecam so jetzt muss ich das hier welcher monitor meistern jetzt ich hoffe es geht playstation ist an egal zu geht nicht perfekt nice plus pro egal zu pro besten programm bro hey bro hoch in so ein brau es ist so ein ja das wäre wenn es gehen würde was geht ab was geht ab was geht jetzt gefickt hast du auch wir haben modus gar nicht gespielt warum geht er gar nicht muss ich update machen aber so lange kann ich gucken ob meine elgato vielleicht muss ich ja warte mal ich muss ich erst mal leiser stellen so warte mal vielleicht muss ich dieses programm herunterladen elgato capture programm download was habe ich denn für ne dings ad 60s plus oder ad 60s ok download weil ich steig hm 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 so weiter weiter installieren 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 ratos ist das ja capture lad ich werde schicken ich werde ich komplett auseinander nehmen ich will dein team sehen was hast du für team oder ich brauche nur einen neuen spieler wenn jeder harland 40k ja die sind ja alle gesunken aber 40k oder denke ich auch nicht schon hart dein stabil ist ja ich weiß ich weiß meine meine egato wird gar nicht angezeigt da und ah 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 was oh mein gott was war das denn sound ah ah schlägchen bruder harlan 70k die zirn macht das eklig ja so usb 3.0 kann ich holen wie heißt der 2 meter große aber die kann man nicht mehr kaufen glaube ich Peter Crouch nein nein stürmer Tola 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 Tore jaja Tore das ist auch kein stürmer nein nicht jaja Tore der andere Tore der 2 meter oder oder heißt der auch Tore der müsste das jetzt zeigen also ich verstehs nicht der müsste das jetzt eigentlich zeigen ich versteh nicht warum das jetzt ach ich glaub das war eine spc karte oder das ist nicht jaja Tore shit ich verstehs nicht ich sag wann ist der jetzt geht meine dings nicht digger oh mein gott jetzt geht meine cam nicht oh mein gott ah deshalb oder ich glaub ich hab auch auf Discord falsche mic oh mein gott oh mein gott ey Gato ihr seid so Hurensöhne oh mein gott digger ich hab mir einmal eine geholt alter ich hab mir einmal eine geholt alter ich hab mir einmal eine geholt hab ich auch mit dem Ding hab auch äh hat aufwachsen geschwommen wie sagt Tore da ist Chep oder diese Tore oder wen soll ich holen mein OBS hat sich komplett aufgegangen mein gott ich bin kurz bissen Chet oh mein gott oh mein gott wie sagt Tore oh mein gott oh mein gott oh mein gott Bruder ich glaub Isak Tore ist sogar besser als der andere Bruder ich will diese 50k jetzt einfach nur Ding ich will damit jetzt irgendwas holen ist es der Bruder? wie sieht der aus? wie ein Goldfisch Bruder ich kauf sogar direkt den probier den halt was soll ich sagen ich weiß wie du willst Bruder ich machs ich hol ihn auf jeden Fall wenn er nicht gut ist wechsle ich ihn so ich brauch äh äh ZM Chat ZM Lemar weg Lemar weg ZM ZM hier der weg der muss ganz ganz schnell weg Liga warte sag ich die gleich wo ist der Hunde so hier boah scheiße muss ich den einwechseln äh spanische spanische Liga mach mal call ran gleich gleich ich check ab ich check gleich ab schuld an dich und voice crack de Jong wenns geht de Jong ist wieviel wert? oder wie kost der? Bruder ich brauch auf jeden Fall irgendjemanden vertrau auf wen? der Jung wie kostet der? schreibt man den zusammen? ah mit J scheiße Franky de Jong oh 20k save denkt ihr? ist er Loraind besser? Loraind besser? ist er Was ist das für einer? wer ist besser? oder ich kaufe ihn hier für 4K muss ganz schnell machen Loraind okay Äh, ja dann, sonst können wir eigentlich so bleiben. Also, Chad, hier geht grad gar nichts. Geht nicht? Hier doch. Hier geht gar nichts. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Bruder. Wird nicht gesehen, oder was? Meine Capture-Car geht nicht. Ich glaube, du musst OBS dann dafür neu starten. Das heißt, ich muss neu starten. Es hat komplett sich alles aufgehangen, alles, dies, das. Es ist komplett am Arsch, alles, alles, alles ist komplett gefickt, Arsch, gefickt. Dann start neu. Ja, ich muss neu starten. Ja, bis gleich, Chad. Und mach, bevor du neu startest, probier das erst mit der Capture-Car. Zwei, drei Minuten. Okay. Probier das erst. Dann gleich wieder da, Chad. Bis gleich, F5. Ja, bis gleich, Tad. Bis gleich, Tad. Vielen Dank. Vielen Dank.